Wir haben drei Bars auf dem Weg nach unten. Leider müssen Sie Ihr eigenes Bier kaufen, aber es gibt noch viel Bier später. Und wir haben einen Surpreisbar, wo Sie auch ein paar Goodies haben. Das sind zwei Busen oder zwei Titten. Und das bedeutet also, hier dürfen nur Frauen nach dem Weg suchen. Wir Männer müssen warten und warten darauf, bis die Frauen den richtigen Weg gefunden haben. Und dann geht's also weiter. Ja, irgendwie hängt es hier an der Bar. Die sind wohl ein bisschen überrascht, dass plötzlich 20 durstige Seelen hier ankommen. Das Bier scheint nicht so schnell zu laufen, glaube ich. Aber wir haben uns in Geduld eben. Jetzt fühlen wir besser. Jetzt fühlen wir gut. Das ist wunderbar. Das ist unglaublich. Bis dahin. Tschüss! Oh, wo hat meine Dunkel? Cheers! To Menash-hash! To the Germanash-hash! Ja! Die Worte Nrelsen! Oh, ist sie bringing another tray? Ich hab sie dynamic. Auch! Wie geht's dieờ? Du hast überhaupt... Das ist eine ganze Komplikation. Das Originalileri! Wie schmeckt es? Ich bin ein Tafin, zwei Tage. Mein Name ist Automatic Balz. Automatic kommt von meinem Auto. Und das Balz kommt daher, da ich im Winter getauft wurde, hatte ich sehr enge Hosen an. Und es war sehr einfach, alles zu sehen. Ich muss weiter, glaube ich. Das sind die Walkers. Und wir sehen uns beim nächsten Bierstop. Immer lächeln, immer lächeln. Wie heißt du? Hot and wet. Ganz einfache Erklärung. Wenn ich laufe, dann komme ich immer zurück, bin total nass geschwitzt und mein Kopf ist rot wie eine Tomate. Also eigentlich gar nicht schlimm, aber es hört sich schlimm an. Hanseatic Slut. Ganz einfach, weil ich aus Hamburg bin und Hamburg eine hanseatische Stadt ist und es dann in Hamburg die Reeperbahn gibt. Und da gibt es Sluts. Auch sehr harmlos. Ja! Alles klar? Ja! 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 Saturday is a hashing day! Friday was a fucking day! Thursday was a drinking day! Es ist sehr schön. Wir haben Booby-Checks. Die Männer möchten, dass wir alle Boobies haben. Aha! Ja! Und? Ist das okay? Ja, es ist sehr gut. Die sind alle so nett. Ich bin der Meinung, dass definitiv einmal, wenn man beim Hasch dabei ist, dass es süchtig macht. Man kann, egal welchen Land das man ist und welcher Großstadt, macht man überall im Hasch. Es ist der Spaß an der Sache, die Gemeinschaft, aber man macht trotzdem Sport. Ja! Da war den Kumpel! Das war das! Ich bin nicht damit der Nummer. Da war der automatisch. Da war ein Heineken. Da war ein Bittberger und da war ein Dienendo, mit einem Diener Coke und Diener Kumpel. It's raining, it's pouring, sex with two is boring. I went to bed with assistants that now I'm not so horny. Bring it on, down, 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 down. If you get to heaven before I should, coming forth to carry me home, tell all my friends I'm coming on you, coming forth to carry me home.